Servus, die aktuellen Teams für Ice-Schimierer. Ich weiß, es ist ein bisschen spät. Ich habe es irgendwie ein bisschen verpeilt. Ich habe einfach nicht dran gedacht, was soll's. Team 1 haben wir mit Silas, Damon, Mischka, Oden und Lozan. Ich habe dann noch ein Screen mit Äquivalent-Helden bzw. mit Austausch-Helden und wo die Teams vielleicht noch ein kleines bisschen anders sind. Ja, in Team 2 haben wir dann Arthur, Albedo, Ainz, Da Vinci und Mortaz. In Team Nummer 3 Rowan, Haelos, Rainer, Scarlet und Rosalie. Rosalie rennt natürlich zu Scarlet in dem Fall. Team Nummer 4 haben wir mit Astar, Awaked Talena, Skeat, Frampton und Queen. In Team Nummer 5 haben wir Saurus, Morael, Torne, Esis und Hodgkin. Und im Boss-Team haben wir Grisol, Antandra, Zwillinge, Brutus und Lucretia. Theoretisch könnte man das auch so spielen, dass wir hier Lucretia mit nach vorne nehmen und hinten noch Estril da mit reinpacken. Funktioniert genauso, macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Hin und wieder mal ein bisschen. Kommt halt ganz drauf an, wie lange die alle leben. So, das ist Bildchen Nummer 1. Ich ziehe das hier mal ein kleines bisschen runter. Da sieht man das nochmal. So könnte man das theoretisch ausspielen. Ich habe es wie gesagt ein klein wenig anderser von den Positionen her der Helden. Hat bei mir halt echt gut so funktioniert. Wie gesagt, das wären jetzt nochmal so ein paar Alternativformationen, die man da nutzen könnte. Es sind aber halt überall ziemlich viele Helmetswiesen-Unterhelden dabei. Manche Helden braucht man dann, wie Scarlett zum Beispiel macht sich halt 30-9 dann schon echt stark bemerkbar. Bei Da Vinci zum Beispiel, damit der da richtig losfeuert. Wäre dann halt auch 30-9 ganz vorteilhaft. Am besten vielleicht noch sogar E-30. Hierbei, also bei dem zweiten roten Stern in Team 4, da rennt dann Rosalie zu Da Vinci bzw. zu Haelos. Müsste man mal testen, aber ich glaube, ich glaube er rennt zu oder sie rennt eher zu Da Vinci. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kann aber auch sein, dass es zu Haelos ist. Müsstet ihr mal für euch testen, wo oder was da vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen würde. Hier hätten wir zum Beispiel nochmal in Team 1 mit Isoldt und Ferrael. Nochmal eine ganz andere Alternative dafür. Genau. Wenn ihr die Screens haben wollt, ist das gar kein Thema. Ihr schreibt mir einfach Ingame und ich schicke euch die Screens dann einfach zu. Hier haben wir nochmal eine etwas andere Alternative mit Äquivalent-Helden, die man zum Beispiel in Team 1 könnte man Losan durch Desira und Hodgkin ersetzen oder Mischka könnte man durch Silas, Damon, Hodgkin, Oden bzw. Losan ersetzen. Team 2 sollte dann halt so stehen. In Team 3 könnte man dann halt noch Da Vinci mit reinnehmen oder falls man Da Vinci nicht hat, müsste man Cazard mitnehmen. Mindestanforderung wäre dann mythisch Sig 30 und wenn man dann Scarlett zum Beispiel nicht hat, packt man Rowan, Haelos, Cazard, Da Vinci oder Rosalie mit rein. Ja, ich denke hier haben wir ein kleines bisschen mehr Auswahl von den ganzen Helden, die man da benötigt bzw. wie man sie am besten ersetzt. Kommt dann halt immer ganz oft den Damage drauf an. Und was ich festgestellt habe, ist der Elder Tree wirklich enorm wichtig beim Verfluchten Reich. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag bzw. Samstagabend und wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.